Willkommen zu meinen Wien-Tipps. Hallo und herzlich willkommen zu einer Zwischenfolge. Heute gibt es wieder eine Folge sozusagen in eigener Sache. Ankündigen möchte ich meine hundertste Folge, also nicht meine hundertste Folge, sondern den hundertsten Wien-Tipp. Es sind schon ein paar mehr Folgen, weil es gibt zum Beispiel eine, wo ich den Andreas interviewt habe, unter dem Titel Andreas, ein Deutscher in Wien. Es gibt zwei Buchtipps und es gibt schon zwei in eigener Sache. Also es ist nicht die hundertste Folge, aber es ist der Wien-Tipp Nummer 100, der wird am Montag erscheinen. Ich sage jetzt noch nicht, worum es geht. Und ich bin auch ein bisschen stolz darauf, dass ich schon über hundert Folgen produziert habe. Ja, und dann möchte ich noch einmal einen Hinweis an die blinden Hörer und Hörerinnen loswerden. Wenn man meine Homepage vom iPhone aus besucht und die Reader-Darstellung eingeblendet hat, dann kann man die Links nicht öffnen zu den einzelnen Folgen. Das finde ich sehr, sehr blöd. Bei mir ist nämlich diese Reader-Darstellung eingeblendet. Und ich muss auf Seiteneinstellungen klicken und dort den Reader ausblenden, damit die Seite funktioniert. Ich weiß aber keine andere Lösung. Ja, aber schöner ist natürlich für mich, da freue ich mich drüber, wenn ihr den Podcast abonniert und so keine Folge versäumt. Er ist jetzt auf Spotify, auf Apple Podcast, auf Overcast und auf allen üblichen Podcast-Plattformen. Ich benutze selber Overcast, weil ich finde, das ist eine sehr übersichtliche, gut bedienbare App. Und vielleicht ist euch aufgefallen, dass ich jetzt jede Woche regelmäßig am Montag eine Folge veröffentliche. Am Anfang habe ich das nicht so regelmäßig gemacht, weil da habe ich, wenn eine Folge fertig war, sie sofort veröffentlicht. Egal, ob ich erst drei Tage vorher eine gehabt habe und wenn ich auch einmal zwei Wochen nichts Neues produziert habe, ja, war mir auch egal. Aber man sagt ja immer, wie wichtig es ist, diese Regelmäßigkeit. Und ich habe jetzt im Sommer drei Wochen Urlaub gehabt. Wir haben sehr, sehr viele Restaurants besucht. Und über einige davon habe ich auch eine Folge gemacht. Und das wird jetzt dann demnächst auch der Reihe nach erscheinen. Also das habe ich schon so vorproduziert. Und ich finde das auch für mich ganz angenehm, wenn ich nicht immer nachdenken muss, was mache ich als nächstes, sondern schon so einiges im Vorhinein fertig habe. Und dadurch wird es jetzt auch im Herbst noch oder vielleicht auch noch im Winter ein paar Folgen geben, wo wir in einem Lokal draußen sitzen, obwohl in Wirklichkeit das Wetter gar nicht so mehr danach ist. Und ich möchte ja auch nicht nur Episoden über Lokale veröffentlichen. Also zwischendrin gibt es noch andere Dinge und sicher auch einmal eine weitere Etappe vom Wien rund um ein Dummwanderweg. Also ich werde das so ein bisschen mischen. Und als letzten Punkt für diese heutige kurze Zwischenfolge möchte ich Werbung in eigener Sache machen, beziehungsweise Werbung für den Andreas. Der hat jetzt in seinem Shop Blinde Tomate einige neue Produkte. Zum Beispiel eine Brotschneidemaschine, eine manuelle, die wir selber auch benutzen und eine manuelle Kaffeemühle. Die haben wir uns auch vor einigen Monaten für uns selber gekauft und waren sehr zufrieden. Deshalb hat es der Andreas in sein Programm aufgenommen. Und der Andreas ist ja so ein richtiger Messerverrückter. Also es gibt jetzt auch ein paar Messer, einen Messerblock, einen Messerschleifer, falls euch das interessiert. Und demnächst werden noch andere Produkte wieder zum Essen eintrudeln, zum Beispiel Olivenöl und Oliven. Die haben wir natürlich auch schon verkostet und die werden jetzt demnächst bestellt werden. Die Internetseite ist blindetomate.at Ja, und jetzt ist schon wieder Schluss mit der Eigenwerbung. Ich freue mich weiterhin, wenn ihr Anregungen habt, Themenvorschläge, worüber ich eine Episode gestalten könnte. Mir gehen die Ideen zwar noch nicht aus, aber ich freue mich auch über Anregungen. Ihr könnt mir ein E-Mail schreiben an claudia mit c at wien-tipps.info oder über Facebook mich erreichen. Danke fürs Zuhören und Tschüss. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Alle bisherigen Folgen findet ihr auf wien-tipps.info. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.